Heute wollen wir Cilan und seine Eltern besuchen. Deswegen gehen wir in Amalangoda ein wenig shoppen, um ein paar Mitbringsel für Cilans Eltern zu besorgen. Erste Station ist der uns bereits bekannte Supermarkt. Voriges Jahr konnten wir dort günstig Parfait und Uhren einkaufen. Verändert hat sich nichts, allerdings werden wir heute nicht so fündig wie voriges Jahr. In einer Seitengasse finden wir dann diesen großen Lebensmittelhändler. Hier kaufen wir dann den Großteil unserer Mitbringsel für Cilans Eltern. Reis, Bohnen, Mehl und so weiter wird hier aus Regentonnen rausverkauft. Alles ist gut sortiert und die Waren bieten ein buntes Bild. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nachdem wir alles besorgt haben, geht es ab an die Kassa. Da noch genügend Zeit ist, bis wir zu Cilan und seinen Eltern fahren, fahren wir zurück in die Villa. Plötzlich taucht am Himmel ein Hubschrauber auf. Wir werden von das Sri Lanka Newe überwachen. Minuten lang fliegt er über unsere Villa hinweg. Was das Ganze soll, wissen wir leider nicht, aber schließlich verschwindet er.